Und willkommen zu Biomutant. Und ich hoffe ihr findet Gefallen dran und dann starten wir auch schon direkt rein in die Folge. Damit ich nur noch krassen Loot kriege. Und ne gute Crit Chance. Aha. Ja, war ich da nicht, oder? Dieses alte Haus hat schon bessere Tage gesehen. Aber womöglich findet sich trotzdem noch etwas Gutes da drin. Aua. Da findet sich also noch etwas Gutes da drin. Das Gute daran ist das Gute darin. Das war es nicht. Das ist es. Bereich abgeschlossen. Ich bin überwältigt. Werde ich noch fast reingefallen. Frech. Frech, frech, frech. Da komme ich jetzt nicht so leicht hin. Hm. Hm. Na ja. Wir nähern uns aber stark unserem Ziel. Das ist positiv. Oh, hier haben sie eine Brücke über die Brücke gebaut. Gut. So. Da ist ein Händler. Das Tageslicht ist fast verschwunden. Du hast doch genauso nichts wie all die anderen, oder? Dachte ich mir. Jetzt ist die Frage. Habe ich schon so eins oder nicht? Pool Pip. Ich glaube, ich habe so eins gar nicht. Muss ich mal kurz hier umsehen. Gibt es doch eigentlich immer in der Nähe das passende Futter. Denn die sind ja immerhin hier, weil es hier das passende Futter gibt. Ich bin enttäuscht. Sehr sogar. Verdammt. Oder es ist wieder gekonnt, versteckt. Ich muss auf jeden Fall noch höher und hier geht es irgendwie bergauf. Oh, ein Bunker. Ja. Oh. Schwache Leistung, Jungs. Schwache Leistung. Hängt die ja in so einem Wohnwagen rum. Das ist sogar ein vollwertiger Ort. Lotterlaster. Wo bleibt nur die Dämmerung? Sieh dir diesen Plastikrahmen an. Er wartet nur auf dich. Ja. Und was noch so auf mich wartet, ist dieser Bunker. Bumbunker 10G. Ob da drin wohl jemand überlebt hat? Keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall dreimal überragende Beute. Also. Rein in die Hütte. Rein da. Hallo, hallo, hallo. Da geht es nicht lang. Hier haben wir schon mal Nummer 1. Buddel, buddel. Das war nicht Nummer 2. Hm. Hier ist Nummer 2. Hier nicht so. Okay. Wildtonne. Ja, nett. Okay. Mir fehlt immer noch Nummer 3. Ich würde gerne die Nummer 3. Wow. Von der Seite. Das war kritisch. Hm. Okay. Mir fehlt aber noch was. Das ist es. Nice. Bereich abgeschlossen. Nochmal kurz umgucken. Da geht es sogar hoch. Hier geht es rein. Was glaubst du, wie tief du unter der Erde bist? Was soll ich denn das wissen? Da geht es direkt wieder raus. Dann will ich aber noch mal kurz die Treppe hoch. Wenn es da überhaupt irgendwo hingeht. Naja. Immerhin hat sich der Weg gelohnt. Aber noch mal eine Kiste. Ich bin auf jeden Fall jetzt sehr nah an der nächsten Festung. So was steckt man nur schwer. Die Gegner nehmen zu. Okay. Wo will ich hin? Da dahinter. Da komm ich doch hier nicht hoch, oder? Ja doch. Auf lange Sicht schon. Düm, 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 düm. Hallo, hallo. Guten Tag. Wie ist das? Oh, Schuss. Aua. Aua. Hör auf, mich zu schlagen. Ja, ich denke. Sieh dir diesen Emel an. Ein hübscher Fund. Aha. Man könnte glauben, diese Art besäße Zähne. Naja. Das übertreibt mal nicht. Äh, das ist das alte Weltgerät. Okay. Ich würde aber erstmal die überragende Beute nehmen wollen. Wegen Gier und so. Da ist sie. Nice. Oh, Globus. Du musst den Globus drehen. Na klar. Globuli for the win. Ähm. Ähm. Passt. Sehr gut. Bereich abgeschlossen. Ein Traum. Weiter geht's. Wir haben noch 250 Schrittchen vor uns. Hübsch hier. Oh, einfach mal quer durch den Wald. Was mir irgendwie nicht weiterhilft. Ist das im Berg? Ich muss da irgendwie reinkommen, oder? Oder muss ich von oben? Ah, hier ist doch oben. Der Unterfuß-Außenposten. Er wurde vor einer Ewigkeit vom Pichostamm erbaut. Aha. Der eine ist unter der Erde, der andere unterm Fuß. Weiß jetzt nicht. Unter der Erde fand ich das schon besser. Unter Fuß ist jetzt so ein bisschen... Hm. Ah, mal kurz hier strullen. Mal sehen. Aha. Schön gestrollt. Es wimmelt hier so vor Leben. Klar tut's das. Eigentlich kann ich mir den ganzen Kram hier sparen. Mittlerweile. Das ist eh nur Zeug, was ich einfach noch auseinandernehme. Ja, die dicke Kiste kann man mitnehmen. Was man alles so findet... Ja, Dinge. Ja, Dinge. So, oben ab. Da ist der Tyrann, der über diesen Außenposten herrscht. Er hatte nicht mit der Niederlage seines Stammes gerechnet, da sie gnadenlos sind. Aber da du mit seinen Rivalen zusammenarbeitest, kann er es nachvollziehen. Ja, äh, überzeugen. Er wird nur aufgrund von Drohungen nicht kapitulieren. Das ist für alle am besten. Das ist der einzige Weg zu überleben. Ja. Er lässt sich von einem starken Argument überzeugen und stimmt zu, dass es so am besten ist. Er übergibt dir den Außenposten. Danke. Der Außenposten gehört jetzt deinem Stamm. Plupp. Er sagt, du hast sie geschwächt, aber sie geben nicht auf. Ah, ist okay. Dein Sifu dankt dir. Dein Stamm wird stärker. Mhm. Jawohl. Läden geöffnet. Der lässt sich mal wieder hin und her schleppen. Und jetzt wieder dieses überragende, ja, Krieg kaum erwarten und so. Haben wir das. So, einfach weil ich im Dorf bin und ein Monk. Mach ich die Tür auf, auch wenn ich im Endeffekt hier lang laufe. So, hier war ja nicht wirklich was. Dieser Ort war früher voller Lebender. Tja, die ist auch immer noch. Jetzt sind es nur meine Lebenden. Ah, die Kiste ist aber schon gut eingebuddelt. Cool. So, hier ist der Markt. Cool. Markt. Hallo, hallo, hallo. Gibt es hier auch nochmal ein Elch? Ah ne, hier gibt es den. Oh, jetzt hat er aber Schwierigkeiten gehabt. Habt ihr was cooles? Nope. Beten. Nice. So. Du was? Ja, ja, zeig mal ja. Nee. Bin ich überzeugt. Hi. Ja, ja, na klar, ich guck mal drauf. Nope. Nope. Sowas von nope. Habt ihr echt nur Dreck? Sollen das? Ah, die Tür auf. Danke. Ähm, ja. Ähm, das hier wäre das nächste. Genug gegähnt. Der Tag ruft. Geil. Habt dich mal nicht so. Sei mal nicht so lullig. Und schrullig. Hallo, Leute. Das ist ein Freund. Wo laufe ich denn eigentlich hin? Plingplong. Ein Plingplong. Wartet auf mich. Das gönne ich mir doch. Ah. Dieses alte Haus ist noch recht gut in Schuss. Ah. Ja. Nur das alte Weltgerät ist hier relevant. Okay. Gibt es hier trotzdem eine Kiste oder so? Ach, es ist wieder eine Gitarre. Ah, hier. Das nehmen wir natürlich mit. Die beiden Spanner müssen gleich eingestellt sein. Ja. Alle Spanner auf der Welt müssen immer gleich eingestellt sein. Zack. So sind halt die Spanner. Das klingt klangtastisch. Du hast Ahnung vom Zupfen. Naja. Geht so. Da drüben liegt elastisches Gummizeug. Naja, schon kassiert. Nun. Nächstes Ziel. Bevor ich das hier mache, weil das so an der Spitze liegt, würde ich halt die ja erstmal alle weg machen. Da würde ich jetzt frech da hinlaufen. Dann da runter und dann wieder zurück. Das wäre so das, wie ich das angehen würde jetzt. Glaube ich. Was ist hier unten? Nichts. Äh. Oh, hier ist ein heißer, roter Bereich. Oh, ich muss nachladen. Das ist noch ein dickerchen. Metallschrank. Das Zeug. Ja, komm. Versuch es. Du wirst scheitern. Was für ein Treffer. Ich habe gesagt, du wirst scheitern. Was ist noch so ein Dude? Oh, 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 oh. Hier ist ein Monster unterwegs. Hier ist ein Monster unterwegs, okay. Das ist doch dann jetzt hier, oder? Nichts erhält den Tag so wie das Licht. Hm. Nicht so richtig, aber irgendwie auch schon. War ich nicht so erwartet. Hier liegt tatsächlich Stuff Okay Ja, wo auch immer dieses Monster sein soll Ich weiß es nicht Oha Ja, irgendwo in diesem gigantischen Gebiet Und schon bin ich raus aus diesem gigantischen Gebiet Komisch gelegen, das Gebiet Es ist schön, ein paar gute Holzreste zu finden Okay, Reittierpipfutter Grünautomat Überragende Beute Geheime Beutebunker Schlüsselschlucker Was auch immer Ach, du bist es bestimmt Hallo Hey, guter Schuss Äh, klick, 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 klick Oh, schneid ja ein Stück aus ihm raus Ein Schlüssel Okay Wo ist das? Wird mir nicht angezeigt Verdammt Aber theoretisch ist das nie weit weg Und ich muss in diesen Bunker Denn da dürften auch die anderen Sachen sein Theoretisch Ah Na komm Jetzt quetsch dich da durch Irgendwann an der anderen Seite Okay, das war das Wo ist jetzt bitte der Bunker? So Unheilvolle Musik Ah, hier ist das Bitte was? Überragende Beute Und geheimer Bunker Ja, wo Wo ist der Bunker? Ey, ihr Wo ist der Bunker? Coolen Helmaste Wo, wo, wo? Ich bin verwirrt Wo soll denn bitte der Bunker sein? Hier gibt's Früchte Toll Das, äh Hilft mir aber Nur sehr bedingt Hier ist er auch nicht Hier bin ich schon außerhalb Ob Plastik Oder was anderes Ah Was auch immer Bin ich, äh Ähm Bin ich überfordert Wo ist das Schloss Was zu meinem Schlüssel passt? Ha Ha Ja, und hier endet's direkt wieder Da unten ist auch nix Ähm Also ich gebe zu Ich wüsste gerne wo Aber das Spiel Sagt, äh Nö Jetzt grad nicht Ich hab Bock Dich zu ärgern Dich zu ärgern Und hier ist auch nix Das Spiel Dich zu ärgern Dich zu ärgern Dich zu ärgern Dich zu ärgern Bis zum nächsten Mal.